Den Namen dieser Pagode kennen wir nicht, daher nennen wir sie einfach Malibuun Pagode. Wir sind ein wenig verwundert, dass diese Pagode nicht auf dem Programm stand. Was sich Nure und Dosanda da gedacht haben, verstehen wir nicht, denn diese Pagode ist wirklich sehenswert. Wenn man bedenkt, dass Nure und Dosanda extra vorab Karton besichtigt haben, um für uns das Programm zusammenzustellen, dann ist die Verwunderung umso größer. Die Pagode Não Das ist so laut. Liebellen? Das klingt wie Glocken, aber schrill. Wir haben ja auch Liebellen, aber die machen keinen Mucks. Aber der andere. Wir schauen dir aus. Abzug. Im Wald um die Pagode zirpen Grillen in einer Lautstärke, wie wir sie noch nie gehört haben. Es klingt, als würde eine Alarmanlage durchgehend schrillen. Wahnsinnig laut. Diese Grillen, Nui sagte immer Liebellen, aber das glauben wir mal nicht, werden wir hier öfters und ständig hören. Die Dunkelheit ist bereits hereingebrochen. Unser Hunger ist groß. Auf Empfehlung unseres Fahrers suchen wir ein Restaurant auf, um dort zu Abend zu essen. Nämlich der Schwenin See Seafood Restaurant. In der unter Anführungszeichen offenen Küche werkt das Personal, fleißig und gut gelaunt. Das Restaurant selbst erweist sich als relativ teuer und die Portionen sind nun ja eher relativ klein. Wir geben unsere Bestellung auf. Ich bestelle eine Portion Small Fish Tambura. In der ehrigen Annahme, es würde sich um eine kleine Portion handeln. In Wirklichkeit sind es aber verdammt kleine Fische mit verdammt kleinen Gräten. Eine davon wird in meinem Hals stecken bleiben. Und das über drei Tage lang. Wir kehren zurück zum Hotel, wo wir mit Bedauern feststellen müssen, dass sich gleich neben dem Pool eine Bar mit Karaoke Betrieb befindet. Nichtsdestotrotz drehen wir Muttersehen allein ein paar Runden im herrlichen Pool. Danach stoßen wir auf den Balkon unseres Bungalos mit unserem mitgebrachten Gewürztraminer von Klöchel auf unseren Hochzeitstag an. und auf den